Das heißt, man merkt es überhaupt nicht, welche Glaubenssätze habe ich, welche Kernglaubenssätze habe ich. Es gibt zwar ein paar Glaubenssätze, die man merkt, aber das sind meistens so Orbiter, die um den Kernglaubenssatz drumherum sind. Und die sind oft ein bisschen bewusster, da merkt man so, oh ja, das ist ein Glaubenssatz von mir, aber diese Kernglaubenssätze, dieses ich bin nicht gut genug, ja, so wie ich bin, bin ich nicht okay, ich bin nicht liebenswert, das sind Kernglaubenssätze, die wirken oft im Unbewussten und richten natürlich einen riesen Chaos an. Und damit kreieren wir tagtäglich, in jeder Sekunde sogar, unser Leben. Und dementsprechend sieht es dann im Außen auch aus. Und was die meisten dann machen, die gar nicht wissen, dass es sowas wie Glaubenssätze, Kernglaubenssätze und so weiter gibt, die sagen dann, ich bin ein Pechvogel oder ich habe nicht das Große losgezogen, die anderen sind schuld, die sind mir gegenüber fies, ich kann ja nichts dafür und so weiter. Dabei liegt es an den inneren Glaubenssätzen, für die man auch nicht immer was kann, denn die entstehen oft in der Kindheit, ohne dass man, ja, ohne dass man es mitbekommt, aber man hält die sozusagen künstlich aufrecht, indem man sich nicht drum kümmert. Naja, dann passiert genau das im Außen, das ganze Leben lang, wenn man nicht, ja, vorher sich drum kümmert und aufwacht und die auflöst, dann passiert genau das, was eben für die meisten Menschen im Außen passiert, nämlich Ereignisse, die einen immer weiter ins Unglück reintreiben und die die ganzen negativen Glaubenssätze immer mehr bestätigen und zementieren. Was auch extrem zu diesem ganzen Chaos in unseren Beziehungen und in unserem Leben beiträgt, sind unsere Hollywood-Filme, ja, diese ganze Werbeindustrie, die Love Songs und so weiter, das trägt riesig zu dem ganzen Chaos bei, was wir heutzutage in unserer Welt erleben, denn da kriegen wir erzählt, eine Beziehung macht dich glücklich, der Richtige ist irgendwo da draußen und wird dich schon finden, ja, du musst nur dran glauben, dann findet er dich schon und so weiter und wenn du ihn dann hast, dann macht der dich glücklich, dann ist der, dessen Aufgabe ist dann deine innere Leere zu stopfen, du kannst dich dann zurücklegen und dann ist das Leben gelöst, ja, denn Hollywood-Filme hören immer bei der Hochzeit auf, ja, ich frage mich dann immer, ja und jetzt, und jetzt oder die berühmte Zeile von dem Film Jerry Maguire, übrigens ein sehr guter Film, aber bei dieser Zeile könnte ich immer nur so machen, und zwar diese You complete me zum Schluss, also du vervollständigst mich. Das ist genau dieser Quatsch, den wir immer erzählt bekommen, okay, ich selbst bin nicht gut genug, ich bin nicht vollständig, ich kann selbst nicht glücklich mit mir selbst sein, nein, das muss eine Frau machen oder das muss ein Mann machen, generell, das muss ein Partner machen, das ist seine Aufgabe, mich zu vervollständigen und wir wundern uns dann, warum das nicht funktioniert. Aber mit dieser Erwartungshaltung aus den ganzen Filmen, aus den ganzen Love-Songs und sowas, mit dieser Erwartungshaltung gehen wir in unsere Beziehungen rein und wundern uns dann, warum das alles nicht klappt. Und wir sagen dann unseren Partnern immer mehr, ja, lieb mich mehr, tu mehr für mich, vervollständige mich mehr, mach mehr für mich und so weiter und so weiter. Also unrealistisch hohe Erwartungsansprüche bei dem, was wir übrigens selbst machen müssen, was kein Partner für uns machen kann. und selbst wenn der Partner sich dann aufreibt und alles gibt, was in seiner Macht steht, ja, sich wirklich komplett aufopfert und verrückt macht und alle Liebe gibt, die er zur Verfügung hat, dann reicht es trotzdem oft nicht. Oder was heißt oft, dann reicht es, kann es trotzdem nicht reichen, weil nichts, was im Außen ist, kann ihre innere Leere, die sie erzählt bekommen haben, seit Kindheit anzuhaben, kann diese innere Leere stopfen. Das geht nicht. Das muss man leider selbst machen. Und der Partner, der sich da aufreibt, der wird natürlich irgendwann stinksauer und hat keine Lust mehr auf den ganzen Käse, wenn der sagt, hallo, ich habe jetzt alles gemacht, was hier von mir verlangt wurde, ich habe mehr Liebe, kann ich einfach nicht geben und es reicht immer noch nicht. Die oder er, je nachdem, wer es ist, sagt immer noch, ja, bitte mehr, 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 mach mehr für mich, sag mir noch öfter, ich liebe dich und so weiter und so weiter. Kann einfach nicht funktionieren. Was machen wir aber? Wir gehen unsere Beziehungen immer wieder so an. Immer wieder so an. Wir machen immer wieder die gleichen Fehler und lernen überhaupt nicht aus unseren ganzen verrückten Beziehungskonstrukten und Konzepten. Und das kriegen wir ja auch erzählt. Ja, mach das, was nicht funktioniert, nur noch mit ein bisschen mehr Anstrengung, mit 100% mehr Anstrengung noch und dann funktioniert es irgendwann. Ja, auch wenn es natürlich seit Jahrhunderten für keinen Menschen auf diesem Planeten funktioniert, so wie wir das leben seit Jahrhunderten. Das musst du aber trotzdem so machen, nur noch mit viel mehr Anstrengung, noch mehr kämpfen, noch mehr in eurer Beziehung arbeiten und dann wird es irgendwann funktionieren. Anstatt zu sagen, okay, diese ganzen von Menschen erfundenen Konzepte sind irgendwie anscheinend Blödsinn, sonst würden sie ja funktionieren. Sonst hätte es ja bei irgendeinem mal geklappt in den letzten Jahrhunderten. Ja, was gibt es denn da noch für Konzepte? Wie können wir es denn vielleicht sinnvoller gestalten, eine Beziehung? Wie müssen wir eine Beziehung denn angehen, um diese ganzen negativen Konzepte umgehen zu können und um einfach glücklich sein zu können und realistische Erwartungen und Ansprüche an eine Beziehung zu haben? Und dann gibt es noch dieses super Konzept des Richtigen.